Ja, dann einen schönen Warm- und guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, es wird nicht alles so warm hier oben in der nächsten Stunde. Ein herzliches Willkommen auch im Namen der Podiumsteilnehmer. Ja, die Deutsche Umwelthilfe hat das Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg beauftragt, Stickoxid-Abgasmessungen nach LKW durchzuführen im realen Fahrbetrieb. Und die Messungen fanden im Mai 2019 statt und die Ergebnisse werden Ihnen gleich Dr. Axel Friedrich, internationaler Verkehrsexperte und Leiter des Emissions- und Kontrollinstituts sowie Dr. Dennis Pöhler, verantwortlich für die Messungen am Institut für Umweltphysik der Uni Heidelberg, vorstellen. Die Messungen fanden in Kooperation mit dem Verband Karmel und Kro, Verband für die Transportbranche, statt. Andreas Mossirsch ist Vorstand des Verbandes und wird gleich auch noch mal näher auf die Kooperation und auch die Konsequenzen der aktuellen Situation für die Transportbranche eingehen. Und im Anschluss wird dann Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, auch mal eine politische Bewertung der aktuellen Situation vornehmen und auch aktuell auf die Diskussion zur Hardware-Nachrüstung beim KBA eingehen. Ihre Fragen beantworten wir dann gerne im Anschluss mit Bündelt. Und damit hat das Wort Herr Friedrich. Ja, einen schönen guten Morgen. Stickoxide sind verantwortlich für hohe Ozonbelastungen. Gerade in diesen Tagen mit den hohen Temperaturen haben wir auch wieder hohe Ozonbelastungen. Wir haben jetzt 25 Jahre Ozonverordnung und in den letzten Jahren sind die Emissionen von Stickoxiden praktisch nicht mehr verringert worden. Es ist zum Teil auch verursacht durch die Manipulation der Betrug an den Pkw. Aber, was wir jetzt auch wissen, durch Betrug durch die Betreiber an Lkw. Wie kann ein Lkw Betreiber manipulieren? Wir haben heute sehr gute Abgasreinigungssysteme in Lkw, die ja auch schon seit Längerem auf der Straße geprüft werden, so dass wir heute Lkw haben, die sehr, sehr niedrige Emissionen an Partikel und Stickoxiden aufweisen, wenn sie nicht manipuliert werden. Und dafür muss der Eigentümer des Lkw, der Betreiber, Harnstoff einfüllen. Im Umgangsdeutsch heißt es jetzt AdBlue, der Markenzeichen der Hersteller. Und das bedeutet, er muss Geld ausgeben. Zwischen 60 und 80 Cent pro Liter muss er ausgeben und er braucht etwa 5 Prozent vom Verbrauch an Harnstoff. Das bedeutet, er kann sparen, wenn er hier weniger einspritzt oder gar nichts einspritzt und damit die Abgasemission deutlich erhöht. Wie kann das technisch gemacht werden? Der Gesetzgeber hat zum Vermeiden von Nicht-Einfüllen von Harnstoff eine Sicherung eingebaut, dass das Drehmoment, der Torque, wie man es im Englischen benennt, dann massiv zurückgefahren wird, wenn kein Harnstoff im Tank enthalten ist. Das heißt, das Fahrzeug wird nur noch sehr begrenzt fahrbar sein. Um das zu vermeiden, setzen die Hersteller eben sehr gute Kontrollmechanismen ein. Über Nocksensoren, über Füllstandsensoren, alles das wird versucht zu machen, damit der LKW ordnungsgemäß auf der Straße funktioniert. Durch sogenannte Emulatoren wird der Software vorgespiegelt, das Fahrzeug funktioniert ordnungsgemäß. Das heißt, das Fahrzeug hat überhaupt keine Chance, in diesen Notlaufmodus zu kommen, die eigentlich vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind, wenn kein Harnstoff eingespritzt wird oder auch die Abgasrückführung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Herr Pöhle wird Ihnen jetzt ganz kurz mal erklären, was hier technisch gemacht wird. Ich werde die hinterm Ende noch mal zum Thema Hardware-Nachrüstung bei Pkw ist nicht zum Stand erklären, aber das ist ein anderes Thema, auf das wir später kommen. Herr Pöhle, wir brauchen noch. Ich habe ein paar Folien zusammengestellt zu den Untersuchungen, die wir hier durchgeführt haben. Einfach LKW, reale Emissionsmessungen eben auf der Autobahn. Weshalb auf der Autobahn, das liegt daran, dass einfach unter diesen Bedingungen normalerweise, wie Herr Friedrich schon erwähnt hat, die LKWs Euro 5, Euro 6 sehr niedrige Abgaswerte sonst aufweisen, wenn sie so, wie sie vom Hersteller ausgeliefert sind, das heißt, sie funktionieren. Wenn ich auf der Autobahn unter diesen Fahrsituationen hohe Abgaswerte bestimmen kann, dann bedeutet das eigentlich, dass der korrekt ausgelieferte LKW entweder defekt ist an der Stelle oder eben manipuliert. Die Messungen erfolgen mit einer relativ neuen Messmethode. Sie heißt Bloom Chasing und der Name kommt daher, dass man die Abgasfahne des LKWs verfolgt. Das heißt, wir fahren in einem gewissen Abstand hinter dem LKW hinterher und messen an einem gewissen Punkt die Abgaskonzentration. Und das basiert darauf, dass eben verschiedene Gase gleichzeitig gemessen werden und von dem Punkt der Emission des LKWs bis zum Messpunkt verändert sich das Verhältnis dieser Gase. Also die verdünnen sich natürlich, wir haben eine Verdünnung von hier nach da. Sie verdünnen sich, aber das Verhältnis der Gase NOx zu CO2 verändert sich nicht. Das heißt, wenn ich das Verhältnis bestimme und die Hintergrundkonzentration davon abziehe, kann ich immer die Emission des LKWs oder des Fahrzeugs dann wieder berücksichtigen. Das ist auch nicht ganz neu. Das, warum wir ins Spiel kommen, ist vor allen Dingen, wir haben ein Messgerät entwickelt, um diese Messmethode einfach umzusetzen. Das war bisher sehr, sehr aufwendig, das technisch zu machen. Wir haben ein neues Messgerät für die NOx-Messung und das erlaubt jetzt einfache Bloom Chasing-Messungen. Daraus wird eben der Emissionswert berechnet und wir mitteln am Ende für ein einzelnes Fahrzeug über mehrere Minuten die Emissionsmessung, um einen verlässlichen Abgaswert für das einzelne Fahrzeug, für den einzelnen LKW zu bekommen. Es gibt natürlich auch Vergleichsmessungen davon, das ist jetzt eine andere Studie, bloß vorweg, wo wir verglichen haben, ein LKW-Emission, in dem wir hinterhergefahren sind und zeitgleich mit der anerkannten PEMS-Messmethode die Emission bestimmt haben. Und Sie sehen jetzt hier den Vergleich zwischen Orange-PEMS und Blau, unsere Messwerte. Und Sie sehen hier so eine Kurve, wie die Emissionen sich auch über die Fahrstrecke ändern und wie die zwei Kurven relativ gut übereinander liegen. Das ist jetzt für eine Messfahrt. Sie können auch viel, viel mehr Daten, das ist die ganze Studie, für ganz verschiedene LKWs zusammennehmen und gucken, wie gut liegen jetzt unsere Messung von Bloom Chasing mit den PEMS zusammen. Das ist hier die 1 zu 1 Gerade und da sehen Sie, dass das einigermaßen gut passt. Würden die Daten hier oben liegen, würden wir eine Überschätzung der Emissionswerte haben, liegen sie hier unten, haben wir eine Unterschätzung. Man sieht aber hier eigentlich eindeutig, dass das Bloom Chasing nicht Emissionsdaten, auch schon auf einer kurzen Zeitbasis, hier sind zwei Minuten Daten, gezeigt, unter sehr schweren Fahrbedingungen auf der Autobahn und anderen städtischen Bedingungen sogar, zeigt, dass wir hier zu hohe Abgaswerte sehen. Das bedeutet andererseits, wenn ich ein Fahrzeug wirklich mit hohen Abgaswerten habe, dann ist es wirklich auch ein hoher Emissionswert, den ich habe, nicht nur durch die Messmethode verursacht, sondern auch, würde genauso auch mit den PEMS kommen. Kommen wir zu dieser Untersuchung, die im Mai 2019 stattgefunden hat. Wir haben insgesamt 141 LKWs untersucht, davon die meisten Euro 6, 40 noch von Euro 5. Das ist natürlich verursacht durch den Wechsel mittlerweile. Die Messungen, wie gesagt, fanden auf Autobahn statt. Und hier sehen Sie mal die Verteilung. Natürlich der größte Teil kommt immer noch aus Deutschland, der auch unsere Referenzgröße ist. Dann haben wir relativ viele LKWs aus Polen auf der Autobahn bei uns unterwegs und dann eben noch ganz viele andere, hauptsächlich eben osteuropäische Länder, Türkei, Russland, Weißrussland. Also das ist so der Pool an LKWs, die untersucht wurden. Wir haben dann meistens einfach per Zufall bei der Messung geschaut. Wir fahren einen LKW hinten dran, messen. Der LKW-Fahrer kriegt davon nichts mit, dass er untersucht wird. Er kann also sozusagen gar nichts beeinflussen. Und je nachdem, was für eine Zugmaschine am Ende vorne dran ist, danach wird dann die Länderzuordnung durchgeführt. Das sind so die Ergebnisse. Ein Histogramm, das sind die Emissionswerte der LKWs. Und hier auf der linken Seite sehen Sie die Anzahl an Fahrzeugen, die darunter fallen. Das heißt hier Emissionen für Euro 500, 1000, dann bis 1500 Milligramm pro Kilowattstunde und so weiter. Und jetzt können Sie gucken, hier ist eigentlich der Grenzwert für diese LKWs. Der müsste da liegen. Und wir legen noch eine Toleranz obendrauf und sagen, unser Prüfwert liegt jetzt hier bei 3000. Und alle LKWs, die oben drüber liegen, sagen wir, die haben sehr hohe Abgaswerte. Und das summiert sich jetzt hier auf. Ich kann die Prozentzahl fast gar nicht lesen. 32 Prozent. Bei den Euro 5, dasselbe machen wir bei dem Euro 6. Da ist natürlich der Grenzwert deutlich niedriger. Wir haben hier eine andere Einteilung und wir haben einen anderen Prüfwert. Und wir dasselbe, die Fahrzeuge, die einen höheren Emissionswert haben, kommen hier in die Kategorie. Das sind 16 Prozent bei den Euro 6. Das heißt, Sie sehen, es sind sowohl Euro 5 als auch Euro 6 LKW, die auffällig hohe Emissionen auffallen, aufweisen. Nicht nur, wie oft von einigen ausgesagt ist, dass das ja nur ein Problem ist von älteren Euro 5 LKWs, sondern eben auch bei Euro 6 sehen wir zum Teil sehr hohe Abgaswerte. Wenn man das prozentual nach den Ländern anschaut, dann muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das natürlich statistisch dann in jeder Unterkategorie nicht sehr viele LKWs sind, haben wir unter den Deutschen 13 Prozent, deutlich gestiegen zu vorherigen Studien. Wir glauben, das ist ein Nachahmungseffekt auch. Osteuropäische Russland und Türkei kommen auf 31 Prozent, wo die Polnischen uns angucken, 24 Prozent, unter den Rumänischen sehr wenig LKWs, aber es kommen wir bei 75 Prozent. Also passen Sie mit den Prozentzahlen bitte auf, aber das zeigt Ihnen natürlich so die Tendenz Richtung Osteuropa. Da ist eigentlich sozusagen die Verbreitung von eben defekten oder manipulierten Fahrzeugen deutlich höher. Man kann das auch vergleichen mit vorherigen Studien. 2016 war ja unsere erste, zusammen auch mit Camion Pro und dem ZDF gewesen. Da sind die Prozentzahlen wieder in Rot genauso kategorisiert. Sie sehen, dass es relativ ähnlich ist zwischen Deutschland, hier ist in der Schweiz, in Österreich gewesen. Entschuldigung, das ist Österreich, nicht Schweiz, das ist falsch. Gut, dann wieder die neue Studie sehen, dass die Prozentzahlen relativ ähnlich geblieben sind. Sie haben aber eine Verschiebung von, früher waren es halt viel mehr Euro 5 LKWs gewesen hier oben, zu jetzt gibt es immer mehr Euro 6 LKWs. Natürlich das, was durch das Fahrzeugalter bedingt ist, aber Prozentzahlen bleiben in etwa gleich. Wir sehen sogar noch eher eine Zunahme unter den Euro 5, was wahrscheinlich auch dadurch kommt, dass die Fahrzeuge älter werden und durch eine Manipulation oder ein Defekt natürlich Defekt eher in Kraft tritt und eine Manipulation vielleicht eben auch attraktiver wird, um ein defektes System damit nicht reparieren zu müssen. Es wurden ja auch bei der Untersuchung mit der Zusammenarbeit mit Polizeikontrollen von der Autobahnpolizei Chemnitz durchgeführt. Diese vier LKWs konnten rausgeführt werden, das sind die vier LKWs mit den jeweiligen Emissionswerten, die denen zugeordnet wurden. Wir haben hier Euro 6 LKW, einen Euro 3, der sehr hohe Werte hat, aber kein Abgasreinigungssystem, das heißt, der fällt weg. Dieser Euro 6 wäre eigentlich unter unserem Prüfwert, der wurde trotzdem mal untersucht. Das heißt, die zwei nehmen wir eigentlich raus, die fallen bei uns in der Statistik nicht mehr auf als zu hohe Abgaswerte. Das heißt, wir haben noch zwei, die im Prinzip unter der Kategorie sind mit zu hohen Abgaswerten. Dieser Euro 6 LKW von Volvo konnte kein Emulator gefunden werden, aber das Diagnosegerät, was eingesetzt wurde, kann auch gar kein Volvo auslesen. Das heißt, da hat man gar keine Möglichkeit, dem nachzukommen. Das andere war Euro 5. Da hat das Diagnosegerät auch erstmal nur eine falsche SCR-Temperatur von minus 20 Grad angezeigt. Das sehen Sie auch im Bericht. Das ist natürlich nicht möglich und in der Werkstatt wurde ein Emulatorähniges beauftragt. Es war 20 Grad plus. Es war 20 Grad plus. Ich meinte, im Bericht steht das drin, dass das natürlich minus 20 Grad nicht sein kann und dies dann führt dazu, dass die Abgasreinigungsanlage des SCR nicht funktioniert, weil es sie einfach bei kalten Temperaturen abschalten muss, um Harnstoffablagerung zu vermeiden. Das bedeutet, man sieht auch bei diesen Kontrollen, es gibt nicht sehr viele Kombinationen Messungen mit Kontrollen. Das liegt auch daran, dass viele Kontrollbehörden eigentlich ungern Messungen noch mit ihren Kontrollen kombinieren wollen. Da kämpfen wir seit langem daran, dass das mehr passiert. Aber man sieht schon, dass das, wo man kontrolliert wurde, dass eben die Diagnose von Manipulationen oder Defekten mit aktuellen Diagnosegeräten und mit den Methoden, die vorliegen, sehr schwierig ist. Das heißt, dass da eben der Nachweis kaum möglich ist wirklich im vollen Umgang. Jetzt zu dem letzten Punkt. Es kommt ja immer die Frage, wie steht das jetzt zu den offiziellen Zahlen? Wenn Sie das gucken, von den Emissionsmessungen kommen wir, dass der Anteil von defekten und manipulierten LKWs bei ca. 20% liegt. Die BAG kommt mit offiziellen Zahlen mit 2,3%. Und da ist jetzt die Frage, woher kommt dieser große Unterschied? Und da können Sie auf unserer Seite bei der Messung natürlich eine gewisse Reihe aufzählen. Da kommt die Frage erstmal immer wieder, ist denn diese Bloom-Chasing-Messung vielleicht fehlerhaft? Also, dass wir falsche Emissionsmessungen haben. Und ich glaube, da könnte man auch durch die verschiedenen Validationsstudien zeigen, dass das nicht der Fall ist. Dann kommt die nächste Frage, ob vielleicht die LKW-Emissionen natürlich erhöht sind. Also, dass Sie vielleicht doch irgendwelche Bedingungen haben, dass die LKWs auf der Autobahn vielleicht gar nicht defekt oder manipuliert sind, sondern vielleicht wirklich ganz normal auch höhere Emissionen haben. Da muss man sagen, das ist bisher aus anderen Studien, wo man LKWs wirklich auch angeschaut hat, nicht bekannt. Ja, vielleicht müsste man da viel mehr Untersuchungen machen. Da ist natürlich dann auch am Ende die Behörden gefragt, dem nachzugehen. Aber man kennt das bisher nicht aus denen, wo LKW-PEMS-Messungen zum Beispiel umfangreich gemacht wurden. Das heißt, das kann man eigentlich fast ausschließen. Man sollte das aber weiter verfolgen. Der nächste Punkt ist, haben vielleicht, es ist vielleicht die Ursache erhöhte Emissionen von gealterten LKWs. Das heißt, dass die im Alter vielleicht auch höhere Emissionen bekommen. Gibt es wenige Untersuchungen, die zeigen aber bisher, dass das eigentlich bei SCR-Systemen nicht der Fall ist. Das heißt, auch sehr alte LKWs mit dem SCR-System bisher von den Untersuchungen zeigen trotzdem, dass es sehr gut funktioniert, wenn das richtig gewartet ist. So, das heißt, würden wir das auch eher ausschließen. Dann kommt noch oftmals der Fall, dass die Statistik, die wir untersuchen, nicht repräsentativ ist. Und dieser Vorwurf finde ich persönlich sehr abstrus, weil wir mittlerweile viele hunderte von LKWs untersucht haben und gemessen haben. Und wir kommen immer wieder auf dieselbe Prozentzahl. Und wenn jeder, der sich ein bisschen mit Schulmathematik und Statistik beschäftigt, sieht, dass das eine absolut signifikante Zahl ist. Natürlich sind das viel weniger als von der BAG kontrollierte LKWs in einem Jahr sind. Aber die Anzahl der untersuchten LKW ist so hoch, dass man das eigentlich absolut ausschließen kann, dass das jetzt nur ein statistischer Fehler ist. Zufällig wäre. Ja, dass das rein zufällig wäre. Wir haben natürlich noch den Punkt selektive LKW-Auswahl. Ja, es ist natürlich der Fall, dass man vielleicht bei der Messung eventuell nicht ganz objektiv jeden LKW misst, sondern vielleicht manchmal eben auch den einen oder anderen LKW optisch eher inspiziert als den anderen. Das kann dann zu einer leichten Verschiebung führen, aber eben nicht in einer so wesentlichen Anzahl. Jetzt kommt man zu den Fragen, sind denn Kontrollen umfangreich beim BAG oder allgemein von allen Kontrollbehörden? Und da kommen so gewisse Punkte auf, die bisher aus meiner Sicht auch nicht ausgeräumt wurden. Das heißt, die Emulatoren sind schwer zu finden und oft nicht nachweisbar. Ja, Sie haben Software-Emulatoren. Da gibt es eigentlich bisher keine Methoden, wie die aufgedeckt werden können. Sie haben die verwendeten Diagnosegeräte, können die denn überhaupt sicher Emulatoren nachweisen? Dazu gibt es nach unserer Kenntnisstadt eigentlich bisher keine Belege, dass die überhaupt dafür funktionieren und dass sich wirklich mal geprüft wurde. Der nächste Punkt ist, die Statistik, die 2,3% des BAG, bezieht sich auf alle untersuchten LKWs. Jetzt können Sie natürlich die Frage stellen, wird wirklich bei jeder Untersuchung, also bei wie viel erfolgt eine detaillierte Emulatorsuche? Wie viel wird denn wirklich nach Emulatoren geprüft? Erfolgt das denn wirklich bei jeder Kontrolle oder eigentlich vielleicht nur bei einem Teil der Kontrollen? Und dann wäre natürlich die statistische Zahl vollkommen falsch, wenn Sie am Ende das nicht bei allen Kontrollen durchführen, sondern nur bei einem kleinen Teil, weil diese Emulatorsuche sehr, sehr aufwendig ist. Natürlich kommt da noch ein Punkt, wenn Sie das Angebot im Internet suchen, dann finden Sie ein sehr hohes Emulatorangebot, auch für die Euro 6, die bei den Kontrollen gar nicht aufgedeckt werden, also gar nichts gefunden wird und das passt eigentlich nicht zusammen. Das heißt, Sie haben einerseits einen Markt, der anscheinend irgendwelche Kunden groß bedient und die BAG sagt, aber das wird gar nicht angewendet. Das heißt, Angebot und das, was nachgewiesen wird, passt irgendwie zahlenmäßig nicht so ganz zusammen. Das heißt, was wir denken, was nötig ist, sind umfangreiche Untersuchungen von realen Emissionen individueller LKW, auch in Kombination mit Kontrollen, Entwicklungsprojekte, aber auch für neue Messmethoden, Prüfverfahren und Diagnosegeräte. Und damit möchte ich mich bedanken und hier sind noch die Kontaktdaten von uns und gebe gerne das Wort wieder weiter. Wahrscheinlich werden sich einige von Ihnen fragen, was jetzt ein Berufsverband für die Transportbranche, also von LKW-Unternehmern, zusammen mit der Umwelthilfe hier zu schaffen hat, um hier Missstände bei LKW-Abgasemissionen aufzudecken. Ich kann Ihnen die Frage beantworten, dazu möchte ich mal kurz in die Vergangenheit zurückgehen. Unser Verband, wir sind ein Verband von kleinen Transportunternehmen, wir haben rund 450 überwiegend kleine Unternehmen, von Selbstfahrer bis zu 10, 15 LKW. Das ist eine Berufsgruppe, die massiv unter dem osteuropäischen, vor allem Sozialdumping, aber auch anderen illegalen Manipulationen leidet. Und das hat uns veranlasst, 2016 sozusagen undercover in Rumänien zu recherchieren. Ich wollte eigentlich Sozialdumping aufdecken, habe mich da als Geschäftsmann ausgegeben, der in Rumänien eine Spedition gründen will und habe mich mit Disponenten und Geschäftsführern und Managern aus der Transportbranche in Rumänien getroffen, um mir erzählen zu lassen, wenn die für mich jetzt arbeiten, mit welchen illegalen Methoden die, also eben die deutschen Gesetze wie Mindestlohn und so aushebeln. Ich habe das Ganze dann noch auf Video verdeckt aufgenommen und was ich da aufgedeckt habe, war erstaunlich. Zum einen natürlich im Bereich des Sozialdumpings, da sind also interessante Sachen zutage gekommen. Und als Beifang, völlig unerwartet, hat man mir dann also eben auch angeboten, meine künftigen LKWs mit eben mit die digitalen Tachos zu manipulieren. Das war bekannt damals schon, das war mir auch bekannt, dass eben die Fahrer quasi unerfe Lenkzeiten Rücksicht zu nehmen fahren können. Und im Zuge dieser Manipulation haben wir auch eine AdBlue-Manipulation angeboten. Und das war also eine völlig neue Sache, das kannte ich damals nicht. Wir haben das dann aber weiter, ich habe das weiterverfolgt, wie der Dr. Böller auch schon gesagt hat. Ich habe im Internet recherchiert, habe festgestellt, dass das osteuropäische Internet, eBay ist voll mit solchen Angeboten, teilweise Unternehmen, die bloß nur Emulatoren verkaufen und 5000 positive Kundenbewertungen haben. Und ich habe dann 2016 noch das ZDF darüber informiert und den Dr. Böller, wir haben dann eine Studie im Auftrag gegeben, über die der Dr. Böller auch schon berichtet hat. Und seitdem sind wir eigentlich dabei, hier etwas gegen den Strom zu schwimmen. Gerade in der Transportbranche ist das nicht jedem recht, was wir machen. Aber ich kämpfe jetzt dafür seit 2016, dass dieser Skandal mal wirklich in vollem Umfang aufgedeckt wird. Und wir haben in dem Zusammenhang noch für die Schweiz eine Studie gemacht. Die Schweizer sind dann ein bisschen anders aufgestellt, die wollten dann wissen, was kann man gegen diese Emulatoren machen. Und ich habe dann mit einem Techniker zusammen, haben wir eben Emulatoren, die Software ausgelesen und haben geschaut, wo setzt der eigentlich ein Fahrzeug an, was macht der genau. Wir haben auch ein Fahrzeug manipuliert, sind dann auf der Teststrecke unterwegs gewesen, haben während der Fahrt die Elektronik ausgelesen, was in dem Fahrzeug abgelegt wird, welche Werte abgelegt werden, wie der Emulator arbeitet. Und wir haben eben das festgestellt, was es der Dr. Pöller schon angeschnitten hat, dass es gibt da eine gravierende Unterschiede zwischen den alten Euro5-Fahrzeugen mit alten Euro5-Emulatoren und den neuen Euro5-Emmulatoren bei Euro6-Emulatoren. Ich habe das hier mal in so einem Bild festgehalten. Das ist so ein Emulator Euro5, einem Euro5-Lkw, der kostet so 35 bis 50 Dollar im Internet. Das ist ein Euro6-Emulator, den haben wir mal komplett auch im Lkw verbaut. Der kostet 600 Euro. Und diese Emulatoren, die haben Abschaltvorrichtungen, ähnlich wie man das von VW kennt, mit der Modelsoftware, die wehren sich sozusagen auch aktiv gegen ihre Aufdeckung und die sind für unser Dafürhalten mit den jetzigen polizeilichen Methoden faktisch gar nicht feststellbar. Aber auch dieser Umstand wird eigentlich nachhaltig und hartnäckig ignoriert. Das Bundesamt für Güterkraftverkehr verbreitet immer noch die Zahlen und sagt, wir finden kaum Emulatoren und deswegen gibt es das Problem nicht. Und das ist für mich also völlig unverständlich, diese Herangehensweise, zumal man auch beim Bundesamt für Güterkraftverkehr irgendwo mal jetzt eigentlich der Kenntnis sich mal durchsetzen müsste, dass man eben mit den vorhandenen Mitteln einen Großteil dieser Emulatoren gar nicht feststellen kann. Ja, das wäre eigentlich von meiner Seite aus mal so mein Statement zu der Sache. Ja, vielen Dank. Schieben wir noch ein bisschen. Ja, was passiert, wenn auf dem Markt solche Manipulationen stattfinden und sie werden nicht wirklich verfolgt? Ich verschiebe die Innovationskraft von der Technik. Wir haben aber in Deutschland eigentlich schon fast seit Jahrzehnten diese organisierte Verantwortungslosigkeit der Behörden, dass keine wirksamen Kontrollen stattfinden, dass wir, und das haben wir über Jahre gehört, auch vom Kraftfahrtbundesamt, wenn wir auf die organisierten Betrügereien der Hersteller hingewiesen haben, dass man sagt, ja, wir kontrollieren doch, dass beim Prüfstandstest die Werte eingehalten werden und alles andere interessiert uns nicht. Oder wir überprüfen ja die Überprüfer und brauchen deswegen die entsprechenden Homologationsunterlagen. Was wir sehen in anderen Ländern ist, dass es zumindest stichprobenartig Überprüfungen der Realemissionen gibt. Was wir auch sehen, zum Beispiel in der Schweiz, ist, dass wenn Verstöße festgestellt werden, dass man hier auch hart dagegen vorgehen kann. Dass man beispielsweise dann solche Fahrzeuge so lange festhält, bis das Fahrzeug vor Ort, dort, wo es eben stillgelegt wurde, repariert wurde und einige Tage später kommt dann die Behörde, nimmt eine Prüfung vor und dann darf man weiterfahren. Wenn dann zwischenzeitlich irgendeine Ladung verdorben ist, überlegt sich vielleicht die Spedition ein zweites oder drittes Mal dies zu machen. Muss es die Zivilgesellschaft tun, muss aber auch in der Öffentlichkeit darüber so informiert werden, dass vielleicht dann der Druck auf die entsprechenden Akteure, auf die Auftraggeber und die Durchführenden entsprechend hoch sind. Und was wir brauchen, ist eine Sensibilität für die realen Emissionen von Fahrzeugen. Nicht in der Zulassung, nicht bei irgendwelchen Überprüfungen, die im Moment durchgeführt werden, kann man irgendwie bei einem Check durch Prüfsoftware feststellen, ob hier manipuliert wird. Da glaube ich, dass immer die Betrüger mindestens eine Nasenlänge voraus sind, weil sie dann einfach sehr schnell sich auf die jeweils standardisierten Tests vorbereiten können. Wir müssen sicherstellen, dass die Fahrzeuge, die auf der Straße unterwegs sind, nicht nur eine sichere Bremse haben, das verlangen wir ja auch von 100 Prozent der Fahrzeuge, sondern auch eine funktionierende Bremse für Luftschadstoffe, die eben auch für Krankheiten und vorzeitige Todesfälle verantwortlich sind. Und deswegen unser Appell und unsere Forderung an die Bundesregierung, aber auch an die Länder, dass sie ihre Kontrollaufgaben anders wahrnehmen. Wir freuen uns, dass die Polizei in Sachsen bereit war, mit uns entsprechende Messungen zu machen. Und wir sind in anderen Zusammenhängen, Tempolimit nun mittlerweile häufiger mit den Gewerkschaften der Polizei zusammen. Dort würde man sich, also das wird uns, ich sage es jetzt einfach mal zwischen den Zeilen, man vermittelt sehr den Eindruck, dass man gerne sehr viel mehr im Umweltbereich überprüfen würde, wenn es entsprechende Vorgaben, wenn es entsprechende personelle und infrastrukturelle Kapazitäten dafür geben würde. Und die müssen einfach auch geschaffen werden. Nur so kriegen wir das dann auch tatsächlich hin, dass wir eine Wettbewerbsgleichheit für die Ehrlichen mithaben und nicht die auch noch zwingen zum Schluss, um nicht in Schönheit zu sterben, auch anzufangen zu manipulieren. Vielen Dank. Dann ist jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen, wenn es welche gibt, zu diesem Jahr. Schon recht komplex. Wir haben in Osteuropa teilweise flotten bis zu 1500 Lkw, die von einem Unternehmen betrieben werden. Und können Sie sich vorstellen, wenn Sie da bei jedem Lkw irgendwo um die 1000 Euro sparen, da ist jedes Jahr ein Einfamilienhaus für den Geschäftsführer drin. Und nochmal zu den Konsequenzen. Also das größte Problem ist eigentlich, dass mir die Chance ertappt zu werden ist quasi gleich null. Das ist mal das größte Problem. Die Konsequenzen sind derzeit auch noch nicht so richtig klar. Also die Polizei hat zum Beispiel große Unsicherheiten, wie sie überhaupt diesen Tatbestand einreihen sollen. Es ist vermutlich also mal ein Verstoß, weil das Fahrzeug hat ja keine Zulassung in dem Moment. Es ist ein Mautschaden da. Aber auch da gibt es teilweise Unsicherheiten, weil natürlich das Fahrzeug in einer anderen Mautklasse unterwegs ist. Und das Mautsystem beruht ja auf eben begünstigter Fahrzeuge, die schadstoffarm sind. Und da gibt es eine ganze Reihe Sachen, die sind aber polizeilich und von den Behörden her noch gar nicht wirklich ausgegoren, wie man da jetzt vorgeht. Da gibt es also große Unsicherheiten. Und wir haben das jetzt erlebt bei den Messungen, die da im Mai, ich hatte die Möglichkeit dabei zu sein, als das Fahrzeug in die Werkstatt gebracht worden ist. Also dieser auffällige Euro 5 LKW. Und das war also geradezu ein Trauerspiel, weil die Werkstätten sind, die Mechaniker sind geschult, Fahrzeuge zu reparieren. Die sind mit der Frage, ist das jetzt ein Emulator, komplett überfordert. Das Fahrzeug hatte x ganz knallharte Zeichen für einen Emulator und die Werkstatt war absolut unsicher. Und die haben dann noch das Kamerateam, also Christian Bock, der Redakteur von der ZDF-Sendung aus dem 2017, der war auch dabei. Und die haben uns gefragt, ob wir ihn, die haben noch ein Bauteil gefunden und haben gesagt, ob wir wissen, ob das ein Emulator ist. Und dann hat der Fahrer gleich protestiert und hat gesagt, nein, das ist ein GPS-Empfänger, den brauche ich, weil sonst sieht mich meine Spedition nicht mehr auf dem Speditionsschirm, auf dem Bildschirm. Und dann hat sich niemand getraut, auch die anwesende Polizei, es hat sich niemand getraut, jetzt das Teil auszubauen, weil man natürlich Angst hat, wenn jetzt irgendeine Konsequenz daraus entsteht, dass das Fahrzeug eben nicht immer disponiert werden kann, es gibt Schadensersatzanforderungen. Und man hat im Endeffekt dieses Fahrzeug auch wieder, man hat ihn wieder auf freien Fuß gesetzt, er hat eine Geldstrafe bekommen, weil eben die Abgasanlage tatsächlich definitiv nicht funktioniert hat, das hat man festgestellt. Aber man hat ihn offiziell noch nicht mal wegen einem Emulatoreinsatz gelangen können. Und das zeigt schon, wie gravierend da die Probleme sind, dass wir diesen Täter gar nicht richtig überführen können. Ich verstehe nicht, wie man in der sensiblen Diskussion, die wir im Moment über Luftschadstoffe hat, nicht endlich seitens des Bundesverkehrsministeriums durchgreift und sagt, wir müssen wirkungsvolle Kontrollen auch zum Schutz ehrlicher Speditionen einleiten. Es gibt noch zwei, drei Nachfragen. Ja, die Frage, warum es keine Diagnose-Geräte gibt, ist ganz simpel. Wenn ich keinen Markt habe, entwickelt niemand was. Dass die AVL hier für einige Modelle einen solchen Entwurf, Entwurf kann ich es nennen, vorgestellt hat, ist eine private Initiative dieses Unternehmens. Aber wie gesagt, ein Unternehmen kann ja nur dann was entwickeln, wenn auch ein Markt vorrätig ist. Und wenn der Gesetzgeber eine solche Vorschrift nicht erlässt, wie ein solches Diagnosesystem auszusehen hat bei der Überprüfung von LKW, und das müsste in der Verordnung erstellt werden, dann macht keiner eine solche Entwicklung. Das kostet viel Geld. Und das bedeutet, das macht sich zwei, drei Modelle, um das nachzuweisen, dass es geht. Und danach hört man auf. Wenn der Gesetzgeber nicht reagiert, wird es keine Weiterentwicklung geben. Bei den Kontrollen fallen keine Euro-6-LKWs auf. Das heißt, der Emulator-Nachweis, sowohl auch die Schweizer Kontrollen, die sehr umfangreich sind, aber auch der BAG, gibt es keinen, bei mir bekannten Nachweis, dass jemals Euro-6-LKWs mit Emulatoren nachgewiesen werden, obwohl es die auf dem Markt sehr weit verbreitet gibt. Das zeigt eben, dass das Bild, was Herr Mossosch vorhin gezeigt hat, die Euro-6-Emulatoren sind deutlich trickreicher, die Hardware-Emulatoren, es gibt aber eben auch die reinen Software-Emulatoren, was nur ein Aufspielen einer neuen Software auf die Motorsteuerung ist. Die können Sie eigentlich physisch gar nicht finden. Und da gibt es, glaube ich, zwei verschiedene Schlussfolgerungen. Die Schweizer sagen wenigstens dann auch, oder geben zu, wir haben ein Problem, die Euro-6-Emulatoren wirklich nachzuweisen. In Deutschland vom BAG hört man eher die Aussage, es gibt gar keine Anwendung von Emulatoren bei Euro-6. Und das ist, glaube ich, deutlich tiefgründiger zu untersuchen, wie das denn sein kann, dass es trotzdem einen großen Markt gibt oder ein Angebot gibt für Euro-6-Emulatoren oder nicht. Deswegen, die Zahlen gehen deutlich auseinander. Und wenn wir natürlich einen Großteil an Euro-6-LKWs auf den Straßen haben, mittlerweile von den LKWs, und dort gar keine Emulatoren nachgewiesen werden können, kommen natürlich dann auch deutlich geringere Prozentzahlen am Ende von den auffälligen oder nachgewiesenen Emulatoren heraus, als das vielleicht dann wirklich der Fall ist. Deswegen wäre es unbedingt notwendig, dass das Verkehrsministerium oder das Umweltministerium endlich mal flächendeckend untersucht, wie viel wirklich manipuliert sind. Wenn Sie sagen, die Zahlen stimmen nicht, dann sollen Sie eigene Untersuchungen durchführen. Durch Nachfahrten eben zu prüfen, wie viele Fahrzeuge nicht in Ordnung sind. Das erwarten wir eigentlich von der Bundesregierung. Das ist eine technische Anwendung. Sie können ein PEMS-System für eine Kontrolle rein praktisch nicht anwenden. Um einen LKW mit einem PEMS zu messen, brauchen Sie ungefähr einen ganzen Tag, das Sie anwenden würden. Da würden Sie natürlich jetzt nicht auf der Autobahn jemanden einfach anhalten können und sagen, wir möchten jetzt bei Ihnen ein PEMS-System installieren, um einfach Ihre Abgaswerte zu überprüfen. Das ist einfach für eine Kontrolle nicht praktisch. Ich würde gerne noch der Frage noch etwas hinzufügen, weil das war genau ein Punkt, den wir untersucht haben. Mit welchen Möglichkeiten kann man eigentlich so einen Emulator nachweisen? Und das ist tatsächlich so, und das haben wir auch jetzt bei der Geschichte mit dem Euro5-LKW wieder erlebt, dass die Werkstatt mit ihren Mitteln teilweise große Probleme hat, beziehungsweise beim Euro6-Emulator überhaupt nicht. Mit den gängigen Werkstattdiagnosegeräten sind diese Emulatoren nicht nachweisbar. Und das sagen uns auch, ich habe mit zwei Herstellern gesprochen von diesen Diagnosegeräten, die sagen beide übereinstimmend, man kann mit diesen Geräten diese Emulatoren nicht nachweisen, weil die Technik der Emulatoren nämlich genau da ansetzt, die spielen genau diese Werte so ein, dass sie plausibel sind und dass sie in dem System keine Störmeldung machen und nicht mehr nachweisbar sind. Und der Hersteller als solches könnte natürlich, wenn man dem so ein Fahrzeug zur Verfügung stellen würde, könnte der das über einen Softwarevergleich zum Beispiel, das wäre so eine Möglichkeit, könnten die das schon feststellen. Aber draußen, die Werkstätten, haben da keine Chance. Also wir sind normalerweise in einer Messung von einem Fahrzeug, dauert bei uns ein paar Minuten, was wir durchführen, deswegen um einen verlässlichen Emissionswert zu haben. Der Grund ist auch einfach, Sie haben schon natürlich Bedingungen für ein Fahrzeug, dass es auch kurzzeitig mal hohe Emissionen haben kann. Das kann, sozusagen, das hängt mit der Nachregelung der Abgasreinigung zusammen. Das heißt, es kann Fahrsituationen geben, dass die Emissionswerte mal kurzzeitig höher gehen, also deutlich höher sind als der Grenzwert und dann sind sie wieder niedriger. Das heißt, man misst über eine gewisse Zeit, um einen repräsentativen Wert zu bekommen. Das ist ja auch das Problem, weshalb andere Messtechniken da eben auch nicht wirklich verlässliche Werte sonst geben, wenn sie, es gibt Remote Sensing, kann man jetzt nicht angesprochen, die nur eine sehr kurze Zeit messen und dementsprechend auch sehr große Fehleranfälligkeiten haben. Das heißt, wir messen gewöhnlich so zwischen drei und fünf Minuten und schaffen dann eben zwischen 50 bis 100 Fahrzeuge an einem Tag. Sind machbar. Bei solchen Aktionen wie jetzt hier, wenn die Polizei natürlich involviert ist und mit Kontrollen das ist und die Fahrzeuge rausgeführt werden und andere Sachen, dann geht natürlich die meiste Zeit einfach für andere Aktionen dann natürlich mit verloren. Aber theoretisch ist das so die Größenordnung, und man könnte 50 bis 100 LKWs an einem Tag kontrollieren. Gut, danke. wir enden die Testkonferenz hier. Alles in der Nachbarberufsfragen. Vielen Dank und einen schönen, schrittlichen Tag.